Für Liebhaber edler Oberflächen lohnt sich ein Besuch beim Team Perfektes Wohnen im oberösterreichischen Suben. Hier erwarten Sie auf großzügigen Ausstellungsflächen verschiedenste Exponate zum Thema Oberfläche. Ob trendige WPC-Terrassen aus Holz und Kunststoff, Ökodielen aus Teak und Bambus, Vinyl oder Parkettböden, auch für Ihren Geschmack ist mit Sicherheit etwas dabei. Holz- und Glastüren von bester handwerklicher Qualität begeistern im Showroom viele Häuslbauer, die sich beim TPW neben Produktinformationen auch Rat und Inspiration holen können. Die spezialisierten Berater sind absolute Fachmänner auf Ihrem Gebiet und können Ihnen auch für gefinkelte Fragen eine maßgeschneiderte Lösung anbieten. Oder fällt Ihnen etwa die Entscheidung zwischen zwei vermeintlich gleich guten Anbietern schwer? Dann kommen Sie ebenfalls zum Team Perfektes Wohnen, denn hier werden Sie nicht überredet, sondern überzeugt. Finden Sie weitere Informationen und spannende News im Online-Katalog auf www.tpw.at.